Eine Minute ein Messer. Das Le Thiers Michaud bei Chambriard hergestellt ist eine Hommage an Madame Marie-Jo Chambriard, welche 1950 zusammen mit ihrem Mann Georges das über die Grenzen Frankreich hinaus bekannte Geschäft im Zentrum von Thiers gründete. Dieses 19 cm lange Taschenmesser hat eine sehr geschmeidig gehende Backlock-Klingenverriegelung, welche die Klinge bei geöffnetem Zustand sicher verriegelt. Das Ressort ist von Hand verziert. Ganz vorne befindet sich ein T, das Markenzeichen der Le Thiers Messer. Die Griffschalen wurden aus Wacholderholz gefertigt. Dieses Holz duftet sehr würzig und erinnert an Pfeffer. Das Chambriard Michaud gibt es in verschiedenen Ausführungen ab etwa 170 Euro bei Brandners Homestyle. Vielen Dank.